Hier war ja der andere Ampel. Jakob, du grüßt. Ich glaub, du brauchst echt... Wer ist der größer XS? Ja, grazie. Unser nächster, oder? Unser nächster, ja. Nächstes Mal kriegst du meine, die ist XS. Nein, nicht. Ich hab XS, dann kann ich sogar die noch runterziehen. Wo ist die Jacke? Ich freu, dass ich von Robert rauskomme. Ich will jetzt da stehen und warten. Also, MAN fertigt uns die Teile. Wird aber vor, Mitte, Ende März fertig. Auf Freitag bringe ich einen neuen dritten Alublock vorbei. Was glaubt, man braucht uns eventuell einen Ausschuss. Weil er macht es... Er kann das leichter unterbringen, wenn... wenn er es quasi an seine Erzugesbindung kommt. Und er schaut halt dann genau noch drüber, dass er es passt. Und dann wird das gehört. Die Ratschläge, oder? Ja, die hintere. Kannst du den auch noch mal irgendwie... ... dann... ... dann... ... so schnell wie möglich... Der große Schub, da haben wir halt so lange noch nicht... ... dann werden wir halt weiter... ... dann können wir mal sein leider. Wow, das ist nicht der! Das war's für heute.